Gestern bin ich mit dem Fahrrad ausgerutscht und habe mir irgendwie den Daumen geprellt oder was auch immer damit gemacht. Es war laubnasse Fahrbahn und hinten ist mir der Reifen weggegangen und irgendwie habe ich die Karre nicht aufgefangen bekommen. War dämlich, aber morgen gehe ich zum Arzt und lasse mal checken, ob irgendwas gerissen ist und gut, dass man da versichert ist. Mit einer privaten Krankenversicherung, die hilft in der Regel weiter, aber die langt auch richtig heftig zu. Und im Laufe der Jahre sind meine Beiträge jedenfalls immer weiter gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und ich habe euch auch darüber hier schon immer mal wieder berichtet, dass diese Beitragssteigerungen, die jetzt auch im November wieder kommen werden, zum Großteil in der Vergangenheit und auch jetzt noch illegal abgelaufen sind. Weil ich darüber berichtet habe, hat die AXA versucht, Teile unserer Videos zu stoppen. Am liebsten hätten sie gehabt, dass wir gar nicht darüber berichten. Und ich will euch zeigen, was ist der aktuellste Stand in Sachen PKV-Rückerstattungen. Und ich sage euch, da kann es wirklich viel Geld zurückgeben, falls ihr privat krankenversichert seid. Und was wollte die AXA von uns? Warum hat die uns wegen eines YouTube-Videos verklagt? Und wie ist dieser Rechtsstreit ausgegangen? Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und lasst ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich zum Thema PKV-Update, ja, up-to-date bleiben wollt. Und die Rückerstattungen der privaten Krankenversicherungen, die sind teilweise immens, weil da in der Vergangenheit einfach zu viel abgebucht worden ist. Man muss natürlich sagen, gerade wenn ich mir meinen Daumen so angucke, man kann ja froh sein, wenn man eine Krankenversicherung hat, egal ob privat oder gesetzlich. Aber die langen einfach ziemlich happig und heftig zu. Und mit den Beitragserhöhungen haben die ein oder anderen von euch wirklich zu kämpfen. Denn man hat mal einen Tarif, sehr günstig abgeschlossen, paar hundert Euro. Und plötzlich zahlt man da über 1000 Euro im Monat. Und man weiß gar nicht mehr, wo man auch in dieser schwierigen Situation das Geld auftreiben soll. Und jetzt pünktlich im November ist es wieder soweit, die Gebühren werden wieder angehoben werden. Und da wird der eine oder andere Kopfzerbrechen haben und sagen, wie soll ich das hier überhaupt nur leisten. Und da sage ich euch auch schon, seit einigen Jahren auf diesem Kanal gibt es einen Hinweis, man kann die Gelder zurückfordern, denn bei den Beitragserhöhungen ist so einiges schief gelaufen. Das Interessante ist, es gehen bis zu fünfstellige Beträge wieder zurück. Ich selbst habe das auch gemacht, habe, glaube ich, um die 4000 Euro zurückbekommen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was man da an Beitragserhöhungen hatte, die nicht korrekt angesetzt worden ist. Wieso waren die nicht korrekt? Naja, das hat der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen mittlerweile festgestellt. Die Erhöhungen müssen in einer gewissen Art und Weise, in einer gewissen Form passieren. Und wenn die Form nicht eingehalten worden ist, dann sind die Erhöhungen illegal. Und das konnte für die Vergangenheit auch tatsächlich nicht geheilt werden. Wermutstropfen für euch, für die Zukunft, konnte das dann schon geheilt werden, indem es dann eine dicke Beitragserhöhung gab, die korrekt war. Aber auch da liegt ein kleines Problem. Auch diese vermeintlich korrekten Beitragserhöhungen sind nicht ganz sauber abgelaufen. Denn die Generali zum Beispiel, die hat bei den neueren Beitragserhöhungen wieder Fehler eingebaut. Sowohl wir als auch die Kollegen von KGR in Köln, mit denen wir hier sehr eng zusammenarbeiten, haben ein paar positive Urteile erstritten, die ich euch hier mal zeigen will. Also hier ging es darum, dass die Beitragserhöhungen auch jetzt noch entsprechend nicht korrekt stattgefunden haben. Wir haben hier ein Urteil, hier haben wir noch ein nächstes Urteil, wo jedes Mal hier die MVK, wo gesagt worden ist, dass auch jetzt noch die neuerlichen Erhöhungen, auch die Reparaturen nicht korrekt stattgefunden haben. Und wie man hier sieht, gibt es 10.000 Euro zum Beispiel in diesem Fall zurück. Das Interessante ist, oftmals kommt es gar nicht erst so weit. Man muss gar nicht das Ganze durchstreiten bis zu einem Urteil, sondern man vergleicht sich viel früher mit den privaten Krankenversicherungen. Denn die meiden wie der Teufel das Weihwasser diese negativen Urteile. Und da kommt unsere Partnerkanzlei KGR ins Spiel. Wir checken zusammen mit KGR, ob ihr betroffen seid von illegalen Beitragserhöhungen. Das geht ganz einfach. Ihr geht einfach auf diesen QR-Code. Und da könnt ihr kostenlos checken lassen, ob ihr entsprechend einen Versicherungsvertrag habt, auf den es eine Rückerstattung, eine saftige Rückerstattung geben kann. Also ihr kommt über den QR-Code oder den Link in der Caption hier hin. Dann wird erstmal abgefragt, wurde der Beitrag erhöht? Ja, das wird jetzt im Oktober bei vielen so sein. Seit welchem Zeitraum seid ihr der Kunde? Müsst ihr angeben. Dann habt ihr eine Rechtsschutzversicherung. Besteht die Rechtsschutzversicherung länger als drei Jahre? Wo seid ihr? Beispielsweise bei der AXA, da werden die alle aufgelistet. So, und dann hat man so einen ersten Check, könnte sein. Und dann gibt man seine Daten ein und wir checken dann nochmal im Detail. Das heißt, der erste Check dient dazu, überhaupt zu gucken, ob ihr in das Raster fallt. Das Ganze muss, habe ich mich richtig im Sinne, nach 2009 passiert sein. Aber das macht der Checker alles von selbst. Klickt den einfach durch. Und wenn ihr ins Raster fallt, dann wird im Detail nochmal von den Kollegen von KGR gecheckt, ob es hier eine Möglichkeit der Rückerstattung gibt. Da bitte einfach mal die Klickstrecke nutzen. Das ist erstmal kostenlos und unverbindlich, falls ihr eine private Krankenversicherung habt. Denn es gibt auch hier weitere Probleme, die in letzter Zeit hinzugekommen sind und wegen der ihr diese Erhöhungen nicht zahlen müsst für die Vergangenheit und teilweise auch nicht für die Zukunft. Denn es ist so, dass inhaltliche Fehler gemacht worden sind bei den Anpassungsschreiben, die ihr letztes Jahr bekommen habt und die auch jetzt noch eintrudeln werden. Und da ist einer der Hauptangriffspunkte der sogenannte Treuhänder. An den erinnert sich vielleicht der eine oder andere Zuschauer dieses Kanals noch. Beim Treuhänder, zu dem wir übrigens auch später hier nochmal zu sprechen kommen werden, weil dieser Treuhänder ja auch unseren Streit mit der AXA-Versicherung betraf. Dieser Treuhänder ist eigentlich dafür da, zu checken, dass alles korrekt gelaufen ist, wenn es zu diesen Erhöhungen kommt. Und wenn Beiträge erhöht werden sollen, dann muss der Treuhänder das immer bestätigen und sagen, ja, das läuft. Er soll also überprüfen, ob die Krankenkassen richtig gehandelt haben. Und ihm müssen also Zahlen, Fakten, Unterlagen, alles muss ihm vorgelegt werden. Der muss das alles nachvollziehen können. Und jetzt gibt es Urteile vom Oberlandesgericht Stuttgart aus 2021, vom Kammergericht in Berlin aus 2022 und vom Oberlandesgericht Braunschweig aus 2023. Und da wurde jemals festgestellt, dass die AXA dem Treuhänder gar nicht alle Unterlagen vorgelegt hat. Also hätte er auch niemals der Erhöhung zustimmen können. Da muss man sich wirklich fragen, wie kann es dazu kommen, dass ein Treuhänder, obwohl er nicht alle Unterlagen hat, einen Haken dran setzt und sagt, ja, könnt ihr machen, die Erhöhung passt. Und diese drei Urteile sagen, dass die Beitragsanpassungen damit alle unwirksam sind und die Gelder zurückerstattet werden müssen. Ich muss sagen, dass dieses Argument nicht vor allen Gerichten standhält mit dem Treuhänder, aber ihr seht, drei Oberlandesgerichte haben das immerhin so gesehen, wenn der Treuhänder nicht alle Unterlagen hatte und nicht vom Treuhänder die Beitragserhöhung akzeptiert worden ist, dann ist sie unwirksam drei dicke Urteile, die es in diesem Bereich bislang gibt. Mittlerweile haben sowohl wir als auch unsere Kollegen von KGR den Angriff in diesem Punkt Treuhänder erweitert und zwar noch um die Berechnungsgrundlagen, auf die die Beitragserhöhung gestützt wird. Und da geht es darum, ganz grob erklärt, dass es gesetzlich vorgegeben ist, dass Prämien, die ihr in die PKV einzahlt, erstmal recht großzügig kalkuliert werden. Das heißt, ihr zahlt den monatlichen Beitrag und so eine PKV soll auch leistungsfähig bleiben und nicht sofort wieder pleite gehen. Deswegen sollen die Überschüsse ruhig auch erwirtschaften. Aber diese erwirtschafteten Überschüsse, wenn denen was übrig bleibt, sollen nicht dazu dienen, dass die Chefs der privaten Krankenversicherung sich irgendwelche dicken Villen kaufen. Nee, die Überschüsse, die sollen dann den Versicherten zurückgegeben werden. Und zwar entweder über Barrückzahlungen oder über sogenannte Limitierungen von Beitragsanpassungen. Also, dass die Beiträge nicht mehr so stark steigen. Und da hat die Krankenkasse einen gewissen Spielraum, Ermessensgrundsätze, aber die müssen auch beachtet werden. Also der Spielraum, der darf nicht überschritten werden. Und genau das ist passiert, dass man zwar Überschüsse hatte, aber diese Überschüsse nicht immer korrekt dafür eingesetzt worden sind, die Beitragserhöhungen zu stoppen. Und das werfen wir und die Kollegen von KGR entsprechend den Krankenversicherungen vor. Und deswegen darf man da nicht locker lassen und sagen, hier noch was schief gelaufen. Also man sieht richtig, in meinen Augen wird der Kunde ein bisschen veräppelt. Da werden Formfehler gemacht, da werden Treuhänder nicht alle Unterlagen vorgelegt, da werden Rückzahlungen nicht wieder ordentlich in die Limitierung gesteckt oder Überschüsse nicht in die Limitierung der Beitragserhöhung gesteckt. Da fühlt man sich veräppelt. Und jahrelang hat das System eigentlich keiner richtig angepackt, weil es sehr kompliziert und undurchsichtig ist. Ich habe solche teuerhinder Unterlagen selber mal gesehen und da muss man schon einige Zeit in Anspruch nehmen, um überhaupt etwas zu verstehen. Und wahrscheinlich hat sich auch deswegen da keiner drum geschert. Und selbst wenn ihr eure PKV-Unterlagen jetzt nicht mehr habt, kann ja sein, dass der eine oder andere jetzt in den Keller geht und denkt sich so, Mist, ich finde nichts mehr. Da gibt es ein tolles Urteil auch vom Bundesgerichtshof. Und der hat nämlich geurteilt, dass sogar vom 27.09.2023, also relativ frisch, dass man dem Versicherungsnehmer, also euch, Auskunftsanspruch zustehen kann. Das heißt, wenn ihr die Unterlagen nicht mehr habt, dann muss die Versicherung euch die Unterlagen rausrücken. Das wollten die in der Vergangenheit nicht. Ist ja klar, die wollten jetzt nicht euch noch die Beweise dafür liefern, dass man sie dann verklagen kann. Und es kommt noch einen Tacken besser. Es gibt jetzt ein ganz aktuelles Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der betrifft das Datenschutzrecht. Und zwar Artikel 15. Da habt ihr einen Auskunftsanspruch darüber. Wer hat was mit euren Daten gemacht? Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dieser Auskunftsanspruch, wer hat hier was mit euren Daten gemacht? Der geht so weit, dass man nicht nur aus datenschutzrechtlichen Gründen den Auskunftsanspruch hat, sondern auch, weil man einfach seine Brocken wieder zusammentragen will, wie bei seiner privaten Krankenversicherung, dass man einfach einfacher an alte Unterlagen rankommt. Das ist hier vereinfacht letzte Woche auch vom Europäischen Gerichtshof gesagt worden. Also auch dann lohnt es sich, hier mal die Strecke durchzuklicken, zur Not besorgen wir, beziehungsweise unsere Kollegen von KGR, euch die entsprechenden Unterlagen. Weil die Krankenversicherungen die oft nicht freiwillig rausrücken, muss man das möglicherweise einklagen, lohnt sich aber in jedem Falle. Und insofern gibt es da gute Chancen. In Sachen Verjährung ist es so, dass der Bundesgerichtshof schon vor einiger Zeit festgestellt hat, die Verjährung beträgt rund drei Jahre. Wir hatten die Auffassung vertreten, sie ist zehn Jahre, macht aber nichts. Auch Beitragserhöhungen aus 2014 beispielsweise haben sich in den letzten drei Jahren auch noch ausgewirkt, massiv ausgewirkt, so dass da trotzdem immer noch die fünfstelligen Beträge drin sind, die ich euch gerade geschildert habe. Also da kann man noch immer sehr, sehr viel rausschlagen, auch wenn die letzten drei Jahre nur zurückgefordert werden können. Aber die Fehler, die schon viel früher gemacht worden sind, haben sich auch in den letzten drei Jahren ausgewirkt. Und die kann man natürlich auch immer noch angreifen, so dass man dann da eine große Ersparnis hat. Es geht also nicht nur um die Beitragserhöhungen der letzten drei Jahre, sondern tatsächlich nur um die Zahlungen der letzten drei Jahre. Und zum Abschluss noch eine ganz besondere Geschichte in diesem Kontext. Ich hatte euch ja schon versprochen, euch zu berichten, warum die AXA uns verklagt hat wegen eines der YouTube-Videos. Es ging um dieses Video hier, was ich vor ziemlich genau einem Jahr gemacht habe. Oh, da hatte ich noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Aber die Kinos waren trotzdem schon runter. Und da habe ich in diesem Video Folgendes gesagt, was dann ein Gegenstand eines relativ heftigen Gerichtsstreits mit der AXA wurde, die eben gar nicht wollte, dass wir euch das hier so präsentieren. Erstmal hören wir rein, was ich da damals von dem Jahr gesagt habe. Eine zweite Sache haben wir noch gefunden. Die Probleme mit dem sogenannten Treuhänder. Wenn man wissen will, ob die Kosten ordentlich angestiegen sind oder nicht, dann beauftragt man einen Treuhänder, einen unabhängigen Menschen, der beurteilt, ob wirklich die Kosten so stark gestiegen sind. So, Achtung. Und jetzt kommt der Satz, wegen dem wir gestritten haben mit der AXA. Der geht zu etwa 30 Sekunden. Es gibt Vermutungen, dass die AXA zusammen mit einem unabhängigen Treuhänder quasi geschummelt hat, wenn man so will. Denn die AXA hat diesem unabhängigen Treuhänder Unterlagen zur Verfügung gestellt und Zahlen und Fakten, die allerdings überhaupt nicht ausreichend, um zu beurteilen, wie die Kosten gestiegen sind. Der Treuhänder hat so eine Watchdog-Funktion. Er soll von außen drauf gucken, dass die AXA hier nicht selbst sagt, ja, ist alles teurer geworden. Er muss schon gucken. Aber wenn er keine vollständigen Unterlagen bekommt, dann fragt man sich ja natürlich, wie kann er dann gesagt haben, ja, AXA hat korrekt alles ausgerechnet, die Preise sind wirklich so viel gestiegen. Das auch sehr. Also das wollte die AXA nicht auf sich sitzen lassen und hat uns angegriffen, hat mich verklagt und wollte, dass dieses YouTube-Video rauskommt, und zwar zusammen mit der Kanzlei BLD. Das sind die, die im Versicherungsrecht eigentlich für die AXA tätig sind. Die haben sich dann auch im Medienrecht, was ja eigentlich unser Metier ist, ein bisschen versucht und haben da uns abgemahnt mit, ganz ehrlicherweise mit Normen, die aus dem Wettbewerbsrecht standen. Also die Abmahnung, das hat unsere Medienrechtler so ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen. Bei mir gibt es keine Haare mehr, die zu Berge stehen können. Sie wollten halt den Satz nicht lesen, die AXA habe zusammen mit einem unabhängigen Treuhänder quasi geschummelt. Man hat gesagt, ich hätte denen jetzt rechtswidrige Schummeleien vorgeworfen. Und das Gericht hat dann gesagt, naja, liebe AXA, damit wirst du leider gar keinen Erfolg haben. Die Klage gegen den Säummecker hat überhaupt keinen Aussichtserfolg, denn euer Hauptantrag, da stand drin, dass wir das alles nicht mehr sagen dürfen. Der war schon falsch gestellt. Da hatten die Anwälte offenbar einen kleinen Fehler gemacht. Abgesehen davon, das, was ich in dem Video gesagt habe, was ich euch gerade vorgespielt habe, sei eine zulässige Meinungsäußerung, die auf einer wahren Tatsachengrundlage beruht. Und am Ende hat die AXA dann wirklich alle Flügel gestreckt und einen sogenannten Klageverzicht, der auch im Urteil festgehalten worden ist, erklärt und gesagt, okay, 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 wir wollen den Säummecker hier gar nicht mehr verklagen. Lass es, er kann weiter sagen, wir hätten quasi geschummelt mit dem Treuhänder zusammen. Also sie sind da gar nicht weitergegangen, wollten bloß alles tun, um ein Urteil zu vermeiden, damit das nicht noch weiter an die Öffentlichkeit kommt, dass hier möglicherweise, wie hier quasi geschummelt worden ist mit dem Treuhänder und dass da nicht alles mit rechten Dingen zugelaufen ist. Jetzt kann ich es aber ganz offiziell gerichtlich bestätigen und was weiß ich nicht alles sagen, denn, ja, ihr habt es gerade gehört, dass die AXA hat gesagt, in der Sache werden wir uns mit dem Säummecker nicht mehr streiten. Dafür streiten die sich ganz tapfer. Wenn ihr privat krankenversichert seid, schaut da einfach mal rein. in die Caption, durchlauft die Strecke und wir sagen euch dann, ob ihr eine Beitragsrückforderung hier habt, einen Anspruch darauf oder eben nicht. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Kann man in diesem Punkt ja auf alle Fälle noch sagen, ich bin so halb gesund, ein bisschen lädiert, aber ich hoffe, das heilt schon wieder. Schmerzen sind schon ordentlich zurückgegangen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.